und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal hier auf ulex cool dass ihr eingeschaltet habt in diesem video möchte ich mal über den geldboni von rockstar reden also über diese 425.000 gta dollar viele haben gefragt bzw mich angeschrieben gesagt ja mein freund hat schon dieses geld diesen boni bekommen ich aber noch nicht was ist denn da eigentlich los aber bevor es los geht möchte ich noch mal ein stream ankündigen den ich heute um 21 uhr machen werde wir werden auf jeden fall eine extrem lustige challenge machen beziehungsweise eine extrem coole idee darum solltet ihr auf jeden fall mal vorbeischauen wer es noch nicht gesehen habt ich habe das ganze auch schon angekündigt also checkt mal die abo box ab und aktiviert auf jeden fall die glocke dann bekommt ihr auch noch eine erinnerungsbenachrichtigung wenn ich anfange zu streamen aber labern wir nicht ewig herum sondern fangen direkt einmal an mit dem video los geht's ich hatte ja schon in einem anderen video gesagt und eben ja auch noch mal dass rockstar uns geld schenkt wer es noch nicht weiß ich hatte letzte woche dazu auch schon video gemacht ihr musstet euch nämlich einfach bis zum letzten sonntag einmal in gta 5 online einloggen das heißt einfach nur einmal kurz ins spiel reingehen und dann bekommt ihr einfach im mai irgendwann im mai ein geldbonus von rockstar in höhe von 425.000 gta dollar einfach nur dafür dass ihr euch eingeloggt habt weil ich jetzt wie gesagt oft gefragt wurde ob ich das geld bekommen habe und warum zum teil freunde von jemanden das geld bekommen haben und man selber noch nicht hier erstmal die info ich habe das ganze auf der ps4 schon erhalten auf dem pc noch nicht ich denke das ist auch bei vielen so dass manches einfach bekommen haben und manche noch nicht aber keine angst rockstar einen post auf dem newswire veröffentlicht neben es heißt dass alle spieler ihr geld noch diese woche erhalten werden darum freut euch auf jeden fall schon auf den bonus und wundert euch nicht dass eure freundes geld vielleicht schon haben und ihr noch nicht wenn ihr überlegt wie viele leute gta spielen und jedem dieser spieler 425.000 gta dollar zu überweisen das sind paar billionen gta dollar die da irgendwie erstmal verarbeitet werden müssen und so weiter also es kann ein paar tage dauern darum wundert euch nicht ihr werdet es auf jeden fall noch bekommen aber was sollt ihr jetzt mit diesem geld machen ist wahrscheinlich jetzt die frage von vielen ich habe zwei tipps bzw möglichkeiten für euch wie ihr das geld am sinnvollsten nutzen könnt entweder ihr kauft euch einen t20 falls ihr noch keinen habt dieser ist nämlich zurzeit reduziert und eigentlich meiner meinung nach der beste supersportwagen beziehungsweise der beste wagen für rennen im ganzen spiel oder wenn ihr diesen wagen schon habt dann solltet ihr auf jeden fall auf das gunrunning dlc sparen welches wir ja auch bald bekommen werden und dieses wird garantiert extremst teuer auf der startseite von meinem kanal habe ich auch eine ganze playlist mit allen videos verlinkt die ich über das gunrunning dlc also das militärupdate für gta 5 online schon gemacht habe falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet solltet ihr diese playlist auf jeden fall mal abchecken ich denke da sind viele informationen dabei die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet habt ihr euer geld schon bekommen von rockstar oder nicht schreibt es mir mal in die kommentare beziehungsweise oben rechts ist auch eine abstimmung dort könnt ihr einfach mal abstimmen damit ich mal weiß wer das schon bekommen hat und dann seht ihr auch was so die anderen bekommen haben ob ihr jetzt sozusagen der einzigste seid der es noch nicht bekommen hat oder vielleicht der einzigste der es schon bekommen hat das hashtag folgt ist auf jeden fall hashtag bonus und an der stelle bin ich jetzt raus denkt auf jeden fall an den stream um 21 uhr heute abend also 9 an der stelle bin ich jetzt auf jeden fall raus habt noch mal einen geilen tag tschau haut rein